Hau, besser meinen, es geht nur los hier! Ein herzerfrischendes Moin Moin an alle durchgeknallten. Wir übertragen live aus dem Gastbreder Freizeitstadium das Endspiel um die goldene Grillzange. Und ein Zwirft! Gelungener Kopfball von Spülmeier, solider Pass weit nach vorn gespielt zum halblinken Pauli-Pilz Ränzlige Situation im Strafraum der Chemokloaken, die Abwehr geritt ins Wanken Junge, mei, obu, meine Zwerge Aber Zwergenthaler lenkt den Ball ins Reppende aus, das bedeutet Eckball für den Tuss Isomere Gärtner tritt, er flankt das Ledergekopf nach innen, da steht Willi Meier, der sich gerade fragt, ob er die richtige Aufstellung gewählt hat Voll verschärzt Söber, Ese, wo ist denn eigentlich meine Goldausrüstung? Gut gesehen von Kugelfischer, der brasilianische Abwehr-Exot Papagallo muss kräftig federn lassen Das Ei ist im Kasten Und liebe Zuschauer, ich frage Sie, war dieses Ei haltbar und wenn ja, wie lange? 1 zu 0 für die Chemokloaken Klotzner protestiert Aber der Schiedsrichter lässt weiterspielen Kugelfischer, 360er Luftgrieche, er schnippelt das Leder in den linken Flügel, wo die gefürchtete Viererkette des FC Chemoklo lauert Eindrucksvoller Kopfballeinsatz von Schiebeknecht Da löst sich Fäkalfix die Geheimwaffe des FC Chemoklo aus dem Mittelfeld Eber, was ist mit Isolianto? Foul gegen Löffler Irgendblick noch, ich muss noch kurz abschmecken Er foult zurück Er schraubt dem Mittelschirmer die Schädeldecke ab und rührt den armen Mann in Gehirn rum Absolut unsportlich ist das Riechen tut's wieder heme Der Schiedsrichter gibt 11 Meter Klare Entscheidung Merde, Merde, Merde Löffler lässt seinen unmutfreien Lauf Und ruht Rude Kade Eber, jetzt weiß Das war meine Summe, Idioten Am Elfmeterpunkt macht sich Fleischhammer bereit Und liebe Zuschauer, wo der hintritt, wächst kein Gras mehr Fleischhammer schießt Verpimpst Tua 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 Ha 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 Fleischhammer drischt das Leder durch das Tor durch Libero, Felsspieler Sogar den Schiri hat das mit durchgehauen 2 zu 0 für den FC Chemoklo Kapitän Klotzner faltet sein Libero zusammen Aber das Bresselfieber erlicht dem Sportsgeist Kalle Klotzner ist bereit zum Gegenschlag Ich brauch Ruhe beim Scheißen Arschklare Linie Gut gemeinde Kinnabwehr von Heringsklopper Selbst so ein alter Hase wie Jürgen Brülz wird verschaukelt Korf wird getundelt Machtlos gegen Klotzners Feuersturm Kopfballversuch von Tischner, Gefahr im 16 Meter Raum Aber da stimmt nach Max Mull, der frisch eingekaufte Vorstopper von Hansaplatz Krückstock Brillante Nasenabwehr vom ehemaligen Verbandsligisten Tja Ne, forsten Da lauern die glorreichen Haudegen des TUS Isomatte Doppelkopfball des gefürchteten Stürmerduos Meine Zwerge Die labile Zwergenabwehr der Chemokloaden zerbröselt Tor 2 zu 1 Tschüss Ein durchaus verdienter Anschlusstreffer Schäbtheit, bei dieser Rüppelei kohlen keine Zwerge umwohlen Ey, der Stoffkombiot, ey Ja, ihr Saupreisen Anstoß Schüßler Mit gravitaler Finesse bringt er das Leder in Schwung Präziser Pass rüber zu Tante Käthi Kinder, Kaffee und Kuchen Bis gestern noch wegen Völlerei gesperrt Sonnenäßiger Fallrückzieher Schrecksekunde für Jack Latrine Und Aufgewährt Aber immer noch dicke Luft im Strafraum der Isomatten Spürmeier im Duell mit Seifner Spürmeier will klären Nein Böses Foul gegen Seifner Jetzt drischt Spürmeier auch noch auf den ausgelauften Seifner ein Und was macht der Schiedsrichter? Er sieht es nicht Er sieht es nicht Das muss doch ein Elfenmeter sein Aber Bojong lässt weiterspielen Brocknick bolst das Leder zu Meier Der Bojong gerade die Augen öffnet Kopfmann Meier Weit Weit Nach vorn gespielt Hey Yoga Was ist mit Essen? Ich brauch was im Magen Und Absatz Oh Wir schon nicht zusammenklappen Das bedeutet Freischuss für den 1. FC Schemoklo Riesenhuber wird ihn ausführen Er legt sich den Ball zurecht Aber der Unparteiische hat noch wieder alles anders gesehen Freistoß für die Isomatten Absolute Fehlentscheidung Die Abwehr sollte sich lieber warm anziehen Die Deckung ist völlig entblößt Bodo Spanner ist bereit zum Freistoß Riesenhuber protestiert lautstark gegen Bojongs Entscheidung Christians Ziege nennt die Zeit davon Schussziege Und Latte Voll an die Latte von Bodo Spanner Spanners verzweifelter Versuch sich die Lanze gegen die Offensive zu brechen Scheitert am Abwehrbollwerk des FC Und da steht Franz Zeckenbauer völlig frei mit Schaum vor dem Mund Zeckenbauer schießt Echt Abgewehrt Kick mal, jetzt werden einmal die nie geklebt gekriegt Glanzparade von Gallensieder Dramatische Schlussminuten Die Schemokloaten verteidigen ihren dünnen Vorsprung bis aufs Messer In der Not tut's auf die Gabel Mein Grill, du Knackwurst Doch da glimmt noch ein Funken Hoffnung auf den Ausgleich Proponflöte Brandner durchbricht die Abwehr Gallensieder weit raus aus seinen Kästen Und Gallensieder hält, oder? Ne Tor! 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 Durch das Tor, durch Mitsamt Bad Schönes Ding hier Unheilbar, dieser Granatenschuss von Brandner Gallensieder rast mit einem Affenzorn auf die Reservebank zu Ja, wollen die denn nochmal wechseln? Scheint mir aussichtslos, ich seh doch nur noch Flaschen Und da ist auch schon der Schlussknall Bombenstimmung hier im Gasbräder Freizeitstadion Und liebe Zuschauer Auch ich glaube sorgen zu dürfen, dass diese einzigartige Begegnung Ein flammendes Inferno in den Herzen aller Sportsgeister entfachen wird Das wär's für heute aus Werner Sportstudio Tschüss, bis denn, denn Well done, Lord Extra I think it's tea time, isn't it, Earl Grey?